Intimes Geständnis Die US-Sängerin Pink hat in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian ein intimes Geständnis abgelegt. Mit so offenen Worten aus dem Mund von Sängerin Pink hätte sicher niemand gerechnet. Die Rockröhre hat jetzt über ihre Ehe mit dem Motocross-Fahrer Kerry Hart gesprochen und dabei auch das Thema Sex nicht ausgelassen. Gegenüber dem britischen Guardian sagte die 38-Jährige, manchmal machst du Zeiten durch, da hast du ein Jahr lang keinen Sex. Da fragst du dich, ist das das Ende? Will ich ihn? Will er mich? Eine monogame Beziehung sei harte Arbeit, aber wenn man sich die Mühe mache, sei am Ende alles wieder gut, erklärt die Sängerin weiter. Um hin und wieder aufgeheimende Zweifel im Hinblick auf ihre Beziehung kommt aber auch die Musikerin nicht herum. Es gibt Momente, in denen ich ihn ansehe und mir denke, er ist der aufmerksamste, logischste, konstanteste Mensch. Er ist wie ein Fels. Ein guter Mann. Ein guter Vater, Schwern Pink. Zwei vorübergehende Trennungen konnten Pink und Ehemann Kerry Hart nicht auseinanderbringen. Quelle, deutsche Presseagentur. Dann ergänzt sie jedoch, dass es auch Tage gäbe, an denen sie anders denke, ich habe dich nie gemocht. Es gibt nichts an dir, das Ich-Magazin. Wir haben nichts gemeinsam. Ich mag nichts von dem, was du magst. Und zwei Wochen später denke ich wieder, dass alles bestens läuft. Seit 15 Jahren sind Pink und ihr Mann jetzt zusammen. In dieser Zeit haben sie sich zweimal getrennt. Schlussendlich gaben sie ihre Ehe aber eine Chance. Wir hatten zwei Pausen. Die erste dauerte etwa ein Jahr und die zweite rund elf Monate, erklärte die Pink erst vor einigen Monaten bei Moderatorin Ellen Degneris. Vor neun Monaten bekam die Sängerin ihr zweites Kind, Söhnchen Jameson Moon.